Mit Wix kann ich ganz einfach eine schöne Website erstellen, die meine Fotos, meine Ideen und meine Leidenschaft zeigt. Mit meiner professionellen Website gehe ich jetzt meinen eigenen Weg. Ich kann meine Bilder hinzufügen und sie an die gewünschte Stelle ziehen. Sogar einen Video-Hintergrund hinzufügen. Es ist so einfach. Und diese tollen 3D-Effekte? Die habe ich selbst hinzugefügt. Gehe zu wix.com und erstelle deine eigene Website. Einfach und kostenlos. Gehe zu wix.